In Crusader Kings 3 geht es darum, viele Armeen auf andere Armeen zu schmeißen und zu hoffen, dass man in irgendeiner Form gewinnt. Das heißt, die Zahlen sind zwar relevant, aber wie ihr es wahrscheinlich schon bei verschiedenen Tutorials oder bei Twitch gesehen habt, ist es nicht immer so, dass die größere Zahl auch gewinnt. Das liegt an ganz vielen verschiedenen Faktoren und die schauen wir uns jetzt einmal zusammen an. Wenn ihr sonst Tutorials braucht, wie immer, schaut in den Kanal, kommt bei Twitch vorbei. Ihr kennt das ganze Spielchen, hauen wir direkt mal rein. Zunächst einmal ist ganz klar zu sagen, wenn ihr die Armee verbessern wollt, dann schaut euch das Tutorial jetzt hier oben rechts an. Das habe ich ja schon mal erklärt, wie genau das funktioniert. Worauf wir jetzt eingehen, sind eher die Grundlagen, das heißt, was genau gibt es zu beachten? Wieso verliert manchmal eine Armee, die deutlich größer ist, gegen eine Armee, die deutlich kleiner ist? Das liegt natürlich auch am Kriegsvolk, aber eben auch an den ganzen Bedingungen, die Crusader Kings 3 bietet. Bevor wir diesmal die Grundlagen durchgehen, gehen wir doch direkt mal in die Praxis hinein und erklären einfach mal einen lecker großen Religionskrieg gegen Bulgarien. Wir sehen nämlich hier, die Orthodoxen haben mehr Truppen als wir. Wir haben 50.000, unsere eigene Stärke liegt bei 16.000. Wir wollen mal sehen, wie gut wir uns entschlagen können. Dafür machen wir erstmal das, was ich euch niemals empfehlen würde, nämlich die KI in so einem Kreuzzug erstmal sammeln lassen. Aber wir werden mal sehen, was passiert, wenn wir alle Truppen gegen uns geworfen bekommen. Das Ganze dauert tatsächlich eine Ewigkeit, weil die KI sich einfach nicht geregelt bekommt. Wir sehen aber hier schon ein paar Symbole, die wir nachher nicht vergessen sollten. Wir sehen nämlich hier die Vorräte. Ihr seht schon Totenköpfe und so nicht mehr prall gefüllte Säcke. Und wir haben bei uns zum Beispiel nichts an diesen Symbolen, weil unsere Vorräte tatsächlich hoch sind. Auch ein ganz wichtiger Punkt, den man nachher beim Kampf beachten muss, den die KI auch nicht so ganz beachten kann. Ich glaube, die KI traut sich nicht wirklich, uns hier mit unseren 3.000 Truppen anzugreifen. Also ich zwinge mich die KI dazu, den Kampf hier zu suchen. Wir sehen schon, die KI springt jetzt dazu. Ihr könnt erkennen, all diese Armeen werden sich jetzt auf den Weg machen, hier in diesen Kampf mit einzusteigen. Ich bin tatsächlich nur mit meinen 3.000 Kriegsvölkern hier hingegangen. Und wir haben diesen Herrführer hier. Warum, erkläre ich dann auch nachher, wenn wir jetzt auch mal im Kampf dann drin sind. Wie also schlagen sich jetzt unsere 3.400 Soldaten, Kriegsvölker, gegen diese 6.000, wo die noch von 10.000, 20.000, wahrscheinlich sogar eher 30.000 verstärkt werden? Wir können einiges erkennen hier auf diesem Feld. Ihr seht schon, sehr wichtig sind diese Punkte, die wir hier sehen können mit den Befehlshabeeigenschaften. Und ihr seht auch schon, es gibt verschiedene Phasen in den Camps. Wir haben nämlich immer eine Manöverphase. Dann haben wir eine Angriffsphase und eine zweite Angriffsphase. Und diese zwei Phasen sind so der Hauptschadensmoment. Und dann gibt es die Fluchtphase, die Verfolgungsphase. Diese vier Phasen werden wir uns dann auch nachher nochmal genauer angucken. Außer seht ihr immer hier, was für Attribute die verschiedenen Anführer haben. Und ihr seht unten immer einen Schlachtwurf. Das heißt, ihr würfelt immer, was denn jetzt für ein Schaden herauskommt. Diese Würfel werden eben durch verschiedenste Dinge modifiziert. Und am Ende kommt dann eben ein gewisser Punkt heraus. Und ihr seht schon, hier sind wir bei uns eine Plus 19. Das ist immer gut für uns, wenn es grün ist. Und damit kriegen wir deutlich mehr Schaden. Warum sich das zusammensetzt oder durch sich das zusammensetzt, gucken wir uns auch hier immer in diesem Bildschirm an. Das werden wir uns am Ende dann nochmal genauer betrachten. Jetzt schauen wir an, wie läuft das Ganze ab. Jetzt geht es erst zur Kampfphase los. Frühe Schlachtphase, späte Schlachtphase. Die dauert zwölf Tage. Und ihr seht schon, wir haben eine deutliche Unterzahl. Trotzdem wird unser Schaden, wie ihr sehen könnt, immer noch erhöht. Mit 13, das heißt, die Zahl hier unten wird mal 2 genommen, wird der Schaden berechnet. Heißt, wenn wir 15 haben, haben wir 30% mehr Schaden mit unseren Einheiten, die schon recht stark sind. Hätten wir deshalb Minus stehen, wird es dementsprechend minus 30, heißt minus 60% Schaden. Ihr seht auch, wir werden von der KI verstärkt. Die andere KI wird allerdings auch immer weiter verstärken. Und ihr seht, andere geben aber diesen Kampf schon tatsächlich auf. Und damit kommen wir zur zweiten, der späten Schlachtphase. Und als letztes kommt dann eben noch die Verfolgungsphase, nenne ich es jetzt mal. Die Routing Phase. Wo die ganzen Einheiten, die ihr unten sehen könnt, 13.000 sind geflohen, gut 3.000 von uns. Was natürlich ein überwältigendes Ergebnis ist. Solltet ihr jemals in dieser Anfangsgrühen Schlachtphase alle Einheiten schon zum Rauten gebracht haben, kommt es zum fatalen Rauten, wird es tatsächlich eben alle Einheiten zerstört werden. Was sonst noch wichtig ist, auf diesem Bildschirm unten sehen wir alle Kriegsvölker, die beteiligt sind und deren Kriegsvolk Konter. Haben wir ja auch schon mal im anderen Tutorial darüber geredet, was die Konter ausmachen. Die machen halt dann Reduzierenschaden oder Erhöhenschaden. Wir sehen hier eigentlich so gut wie nirgendwo irgendwelche großartigen Reduktionen oder Erhöhungen aus, bei unserem einen Reiterschützenvolk. Das tatsächlich hier einen großen Vorteil gegenüber verschiedensten Kriegsvölker hat. Unten seht ihr die Ritteranzahl, wir hatten eben gar keine mit dabei, jetzt haben wir durch unsere Verbündeten sehr viele, wir sind also jetzt weit überlegen. Und ihr seht nochmal den Schlachtwurf, der kann immer nur zwischen 0 und 10 liegen, ist also eine kleine Zufallskomponente. Der kann aber durch verschiedenste Attribute verändert werden. Und der wird einfach kühl drauf gerechnet, das heißt wir haben hier einen Schlachtwurf von 5 und die haben einen Schlachtwurf von 9. Das heißt sie haben einfach besser geworfen auch und damit einen höheren Würfelwurf, der dazu gerechnet wird, bekommen. Und damit ist der Kampf eigentlich gewonnen und wir können sehr viel davon mitnehmen. Wir sehen zum Beispiel so etwas wie dieses Armee Darb, was minus 25% oder 25% Vorteil bringt und damit extrem diese Schlacht zu unseren Gunsten setzt. Das sind die Vorräte, die wir auf jeden Fall auch gleich noch erklären werden. An sich geht es einfach darum, lasst eure Vorräte niemals auslaufen. Ich habe zum Beispiel auch ein paar verschiedene Fehler hier gemacht, weil ihr diese Trades hier unten habt, die sind natürlich maßgeblich auch davon, wie stark eure Kämpfer sind. Und zum Beispiel diesen Glaubenskriegermodus, den ich hier unten angegeben habe, der sehr, sehr, sehr mächtig ist, der hat ja gar keine Wirkung, was tatsächlich daran liegt, dass ich hier einen Katholiken gegen einen Katholiken kämpfen lasse. Und wir deswegen nicht den großen Vorteil haben, den ich mir eigentlich gewünscht hätte. Und ihr seht auch schon andere Sachen wie Tradition und so weiter beeinflussen dieses ganze Ergebnis. Was wir nicht hier sehen, weil wir halt tatsächlich bei uns im Ackerland kämpfen, ist eben der Geländevorteil oder Nachteil beim Verteidigen und Angreifen. Da gehen wir als erstes Mal drauf. Wie ich ja schon mal im Entwicklungstrittorial gesagt habe und euch ganz klar vor Augen geführt habe, man guckt sehr selten aufs Gelände. Das liegt einfach daran, weil man vielleicht nicht unbedingt darauf achtet, dass gewisses Gelände Vorteil hat. Man kann vielleicht noch so intuitiv sagen, hey, so ein Berg wird wahrscheinlich mehr Vorteil bieten als zum Beispiel eine Ebene. Und das ist natürlich essentiell, wenn man schon mal die Grundlagen des Ganzen trachten will. Wenn wir uns zum Beispiel eine Ebene angucken, könnt ihr euch vorstellen, das hat natürlich keinerlei Verteidigungsvorteil. Schauen wir uns aber einen Wald an, den wir schon direkt hier unten am Symbol, dass wir einen Plus-3-Verteidigungsvorteil haben. Und wie ihr euch richtig vorstellen könnt, wird sich das natürlich erhöhen, wenn wir jetzt zum Beispiel in Hügel und Berge hineingehen. Jede einzelne von diesen Trades ist halt hier unten immer angegeben. Ihr seht auch das Bewegungstempo und die Schlachtweite, wozu wir später auch noch kommen. Verteidigungsvorteil im Berg ist dann nicht nur 5, sondern wir sehen dann hier schon 12, was extrem viel ist. Ähnlich verhält sich das in der Bergwüste, was ihr hier unter diesem grauen Symbol seht. Da seht ihr auch wieder einen Verteidigungsvorteil von 12 und da kommt sogar noch ein Rückzugsverlust zur Modifikation auf minus 30% hinzu. Was das bedeutet, das heißt, wenn ihr euch jetzt zurückzieht, habt ihr wenige Verluste, genauso beim Gegner auch. Das heißt, natürlich ist die Bergwüste damit eins der besten zu verteidigenden Gebiete und damit kann man da sehr gut sich verschanzen und auch gegen größere Armeen bestehen. Grundlegend ist es aber essentiell zu verstehen, welches Gelände welchen Vorteil bietet, wo ihr wirklich drauf aufpassen müsst und was denn auch der Gegner nutzen kann. Wichtig dabei, um es schon mal auf Gelände weiter zu beziehen, schauen wir zum Beispiel mal in dieses Gebiet hier, Nackes. Das hat tatsächlich potenziell vier Besitztümer und ihr seht, eine Besitzung ist nicht besetzt. Habt ihr ein nicht belagertes oder besetztes Gebiet mit eurer Burg drin, dann kriegt ihr die Vorteile, auch wenn ihr angreift, von dieser Bergwüste. Wichtig ist, hat jetzt der Gegner diese Burg besetzt, wird er die Verteidigungsvorteile bekommen. Außerdem, wenn ihr ein leeres Besitztum habt, wie hier, dann seht ihr noch nacktes Nichts gebaut, das wäre das Gebiet hier und der Gegner zieht sich darin zurück. Dann kriegt er, auch wenn das eure Region eigentlich ist, den Verteidigungsvorteil, was natürlich den Kampf viel schwieriger macht, was dazu führen kann, dass zum Beispiel eure Pferde viel schwächer sind, dass halt eure Armeen deutlichen Nachteil haben und dadurch auch verlieren werden, wenn die Befehlshaber und die restlichen Vorteile gleich bedeutend sind. Und wie gesagt, wie bedeutsam dieser Vor- oder Nachteil ist, wenn jetzt ein KI sich in ein leeres Gebiet hineinstellt, das müsst ihr halt tatsächlich einfach für euch lernen. Ihr seht zum Beispiel bei der Aue keinen Verteidigervorteil, ihr habt nur etwas mit der Schlachtbreite, wie gesagt, kommen wir noch zu. Aber ihr habt an sich nichts, was jetzt der Gegner da besonders bekommen würde, außer eben diese Schlachtbreite. Das heißt, ihr kriegt ja beide die gleiche Schlachtbreitengröße und damit ist das natürlich etwas anderes als eben so eine Bergwüste. Gerade die Berge und Bergwüsten und Regionen mit vielen Bergen, das wäre Tibet oder eben hier der Bereich von Afrika oder hier halt im arabischen oder persischen eher Bereich. Da müsst ihr sehr darauf achten oder auch im byzantinischen Bereich, was ihr denn genau und wie ihr denn genau kämpft. Das sind die entscheidenden Stellen, so etwas wie Europa jetzt. Da sind zwar Wälder drin, da muss man schon beachten, aber insgesamt ist es nicht so ein riesiger Nach- oder Vorteil, wenn ihr da kämpft. Ihr seht das auch bei Taiga, es ist halt ein bisschen mehr noch als Wald. Das heißt, hier im Norden müsst ihr auch wieder darauf achten. Da geht es aber eher um das, wozu wir später noch kommen, nämlich Attribute von euren Befehlshabern, verschiedene Traditionen, die dazu reinspielen. Das wäre da wichtiger als jetzt einfach der reine Gelände-Bonus, der hier abgebildet ist. Wenn wir die Reihe komplett haben, zeige ich euch nochmal das Feuchtgebiet. Das hat natürlich wie immer einen Sonderstatus, denn wir kriegen sowohl als Angreifer als auch Verteidiger Rückzugsverluste erhöht und mehr Todesverluste. Generell sterben Einheiten ja nicht immer komplett, außer ihr habt ein krasses Kriegsvolk. Wie gesagt, guckt ins Video hinein, dann werden immer nur gewisse Teile besiegt und der Rest zieht sich zurück. Und ihr seht auch hier ein Verteidiger Vorteil von 5, was nicht so extrem ist wie in den Bergen und Bergwüsten. Und ich glaube ähnlich wie beim Hügel ist, aber ihr habt eben diesen Todesverlust-Malus. Und das ist schon ziemlich hart, kann natürlich aber auch zu eurem Vorteil sein, wenn ihr die Gegner mehr tötet. Allerdings werden beide Seiten mehr verlieren. Wir dürfen bei den Geländemodifikationen natürlich nicht die Flüsse und Seen und so weiter vergessen, denn wir haben noch verschiedene Effekte, die eintreten können. Nummer 1, wenn ich hier über eine Straight gehe, das ist eine Passage über Wasser, die per Land begehbar ist. Und ich stehe hier mit meiner Armee und der Angreifer kommt von hier aus, kriegt der Angreifer ein minus 30 oder eher der Verteidiger ein plus 30 Vorteil. Das heißt, als Verteidiger auf dieser Position, wenn jemand euch von hier aus angekriegt, der 30 Verteidigungsvorteil, was extrem viel ist. Wenn ihr daran denkt, dass es eine Bergwüste schon 12 gibt, ist das fast ein dreifacher Vorteil, den ihr dadurch erreichen könnt. Über einen großen Fluss, wie zum Beispiel hier den Dniep, genau, da bekommt ihr tatsächlich, wenn ihr jetzt hier über diese Brücke geht, einen Vorteil von 20. Also wenn ihr hierher steht, wäre hier der Verteidigungsbonus von 20 angegeben. Die Armee käme hier rüber, würde euch angreifen, erhaltet ihr 20 Verteidigervorteil, was schon wieder extrem viel ist. Und über einen kleinen Fluss, wie ihr hier den seht, den nicht benannt ist, wenn ihr jetzt hier steht und eine Armee kommt von hier rüber, kriegt ihr einen Vorteil von 10 Verteidigungen. Das heißt also auch darauf unbedingt achten, wenn ihr schon die Gelände teilweise nicht ganz so beeinflusst könnt, solltet ihr hier beeinflussen, dass ihr zum Beispiel den Weg hier außen rum geht und die Armee von hinten angreift, weil hier wäre kein Fluss zu sehen und dadurch würdet ihr keinen Nachteil bekommen. Bei größeren Flüssen sowieso solltet ihr das vermeiden, wenn ihr natürlich deutlich überlegen seid, ist es relativ egal. Das könnt ihr euch vorstellen. Habt ihr aber einen knappen Kampf und müsst jeden Vorteil nutzen, würde ich euch empfehlen, dass ihr euch wirklich auch so positioniert, dass die Leute entweder keinen Vorteil kriegen oder ihr den Vorteil bekommt. Und jetzt haben wir den großen Batzen abgehandelt und jetzt kommt der nächste Riesenbatzen. Denn wir haben letztens mal die Armee aufgehoben und ihr könnt schon sehen, alle unsere Soldaten und so weiter, da habe ich ja wie gesagt im Video genug zu erklären, den Kriegsvölkern, wie die stärker werden. Auch die Kriegsvölker, denkt dran, haben natürlich, das kann ich ganz kurz nochmal sagen, verschiedene Geländeeffekte, wo sie halt stark und wo sie schwach sind. Und es variiert stark, wie viel Schaden und so weiter sie zusätzlich oder weniger bekommen, je nach Kriegsvolkseinheit. Zum Beispiel ein Elefant bekommt minus 100 im Berg, so eine Plänkteeinheit wie der jetzt der Bondi natürlich nur minus 4, damit das auch verhältnismäßig ist. Und ihr seht natürlich auch, es gibt noch Wintereffekte, auch da müsst ihr darauf achten, zum Beispiel ein Katafrakt kämpft schlechter im Winter und zwar deutlich schlechter im Winter. Das ist, wenn ihr das andere Video befolgt habt, nicht ganz so gravierend, aber ihr müsst es halt im Kopf behalten, dass ihr da auf jeden Fall schwächer seid, gerade hier im nordischen Bereich. Und bei dem hier zum Beispiel, bei den Bondi, kriegen sie sogar mehr Schaden, wenn sie im Winter kämpfen. Und jedes von den Kriegsvölkern hat dann eben verschiedene Effekte, das habe ich ja im anderen Tutorial auch schon mal gesagt. Es ist halt einfach, dass dann der Schaden, Zähigkeit, Verfolgung, was auch immer ihr habt, Abschirmung erhöht oder erniedrigt wird, je nachdem, welchen Vorteil ihr habt. Wenn ihr ein spezialisiertes Kriegsvölk habt, ich habe hier zum Beispiel alles so gemischt, dann müsst ihr natürlich überlegen, okay, wo kämpfe ich am besten, worauf sollte ich am besten gehen, was ist mein bestes Gebiet. Das kann sich auch auswirken, aber vor allen Dingen nur wieder dann, wenn der Kampf sehr knapp ist. Das wäre das erste so von den Modifikatoren, die sehr relevant sind. Jetzt zum großen nächsten Batzen, den ich jetzt angekündigt habe, gehen wir auf die Befehlshaber. Ihr seht unten links erstmal unseren Befehlshaber-Vorteil. Die Sache ist, jeder Charakter, den ihr habt, hat ja Kriegsführung. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euren optimalen Kriegsführungscharakter oder generell auch viele mit Kampfgeschick herholen wollt, also gute Ritter oder eben für Kriegsführung gute Befehlshaber, schaut einfach mal oben rechts ins Tutorial oder in die Tutorial-Playliste. Da werdet ihr fündig werden, da erkläre ich euch das nämlich bei dem Tipp-Video, wie ihr die am besten bekommen könnt. Auf jeden Fall wird dieser Wert von der Kriegsführung einfach immer als Vorteil gesehen. Ihr seht also hier bei der Armee, er hat einen Befehlshaber-Vorteil 24. Relativ easy, das kann man auch leicht verstehen. Hat 24 Kriegsführungen, hat Befehlshaber-Vorteil 24. Das Ganze wird aber deutlich schlimmer oder komplizierter, wenn wir jetzt in die Attribute hineingehen, die die verschiedenen Befehlshaber haben. Wenn wir zum Beispiel bei ihm jetzt reingucken, dem Samuel hier. Der hat zum Beispiel noch Organisator. Ihr seht zum Beispiel einen Rückzugsverlust dabei. Das ist auch noch relativ einfach, weil da könnt ihr nicht viel machen. Ihr könnt euch halt schneller bewegen und ihr habt weniger Rückzugsverluste, wobei ihr im Idealfall ja immer gewinnen solltet. Von daher ist es nicht der stärkste Trade mehr. Aber hier haben wir zum Beispiel etwas, das sehr wichtig ist. Wir sind Experte für unwegsames Gelände. Das ist nicht nur ein Verteidigungsvorteil oder nur ein Angriffsvorteil, sondern ein Vorteil für beide Seiten. Oder egal was ihr tut, halt angreifen und verteidigen. Und zwar bekommt ihr im Hügel plus 4, im Bergen plus 4 und auf Feuchtgebieten plus 4. Das heißt, euer Wert, den wir jetzt hier gesehen haben, 24, steigt dann nochmal um 4. Dieser Wert wird halt eben aufaddiert. Kämpft ihr also jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Gelände schauen, hier hinten in diesem Hügelgebiet, dann wäre eben der Vorteil schon bei 28. Das heißt, dadurch wird das ganz schön modifiziert. Das wirkt natürlich immer krasser, je mehr verschiedene Faktoren einspielen. Das können wir auch in dem Beispiel sehen. Und da haben wir es nämlich auch Stratege. Das ist ein Lebenswandeltrade, den ihr ganz unten bekommt, im Kriegsführungslebenswandel. Und dieser Stratege bringt euch eben gegnerische Fultusverluste plus 25%, also deutlich mehr Trudel auf der Gegenseite. Und ihr überquert Flüsse und Mehrengen ohne Vorteilsmalus. Das heißt, die Mehrengen, die plus 30 geben als Verteidigungsbonus und die Flüsse, die plus 20 geben. Wobei hier nicht genau differenziert ist, ob es große und kleine sind. Das heißt, das heißt einfach alles kannst du überqueren, ohne Probleme zu haben. Da gibt es auch einen Trade, der heißt Vorordner. Den kann man hier als Militär-Trade oder Befehlshabereigenschaft bekommen. Und der würde eben denselben Effekt haben. Solche Artige Bude ziehen sich natürlich durch das ganze Spiel durch. Ich stelle jetzt nicht jedes einzelne vor, sonst wären wir ja komplett wahnsinnig. Ihr habt nämlich hier zum Beispiel noch Experte für Offenesgelände. Eben Ackerland und Steppen werden dann eben bevorteilt. Und ihr kriegt diesen Bonus oben drauf. Wir haben natürlich auch noch den Vorteil hier, das sehen wir zum Beispiel an ihm sehr gut, dass wir auch noch eine Ausbildungseigenschaft haben. Und ihr seht halt schon, dass da die Armeegeschwindigkeit erhöht wird und die Belahrungseffizienz. Ist nicht ein gigantischer Bonus. Der Typ hat halt an sich sehr viel Kriegsführung. Dadurch halt schon einen grundlegenden, sehr hohen Angriffswert. Der euch natürlich in der Armee sehr gut helfen kann. Von daher wäre er ein idealer Kandidat, um euch einfach in eurer Armee zu unterstützen. Außerdem gibt es noch Attribute, die zum Beispiel Glaubensfeindlichkeitsvorteile unterscheiden. Weswegen ich euch ja immer empfehle, eigene Glauben zu erstellen. Schon allein wegen Religionskriegen. Aber auch so etwas wie ein Glaubenskrieger ist massiv stark. Ihr seht schon. Glaubensfeindlichkeitsvorteil plus 10. Bekommt ihr dann noch jemanden für ein Gelände, wo ihr viel kämpft, dann habt ihr natürlich einen exzellenten Vorteil. Dieser Typ hat auch noch zwei andere Attribute, die wir uns mal anschauen können. Dann reicht es auch eigentlich mit den Beispielen. Die Belahrungsphasenzeiten. Ja, Belahrung ist auch noch ein Teil der Kämpferei. Würde ich aber nicht zu viel drüber nachdenken. Steckt eure Unlager rein, eure Mangonellen rein und schaut, dass ihr belagert. Jede Festungsstufe braucht mehr Belahrungszeit. Und je mehr Belahrungsgerät ihr dabei habt, desto schneller geht das. Und je mehr euer Belahrungsgerät, wie im Tutorial gezeigt, gebufft ist, desto schneller kommt ihr durch eine Belahrung durch. Und beim aggressiven Angreifer könnt ihr auch noch mehr gerichtliche Todesvorluste hinzufügen. Und da gibt es halt wirklich x Attribute, die ihr euch einfach mal anschauen müsst. Und wenn ihr nach euren Kriegsführungen sucht, guckt nicht nur nach dem, und das ist ganz wichtig als Hilfe schon mal, niemals nur nach diesem Kriegsführungsaspekt. Ihr gebt einen nur Flat Boni. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Glaubenskriegerbonus habe, kriege ich 10 dazu. Das heißt, ein Drittel seiner Fähigkeit kommt on top. Ja, und wenn ich dann jemand mit 18 habe, der dann aber einen Glaubenskrieger und vielleicht Bergkrieger irgendwas hat, dann haben wir vielleicht schon 15 Boni, dann hat er statt 18 33. Dann wäre er hier sogar, wenn er jetzt nichts hätte, damit ein schlechterer Befehlshaber. Darauf müsst ihr also auf jeden Fall achten. Da müsst ihr euch aber eigentlich wirklich ein bisschen einlesen, ein bisschen gewöhnen, was sind jetzt gute Sachen, was sind nicht gute Sachen, was gibt vielleicht nur Reisegeschwindigkeit oder irgendwas anderes. Das müsst ihr dann selber für euch mit dem auch wissen, wo kämpfe ich gerade. Einen kleinen Sonderfall, den man vielleicht nicht so im Kopf hat, ich persönlich auch nicht immer, ist das, wenn euer eigener Anführer anführt. Sehr gut natürlich, wenn ihr eh schon eine Heidenreligion habt, da kriegt ihr eh schon mal 10 Vorurteile. Einen extremen Wikinger oder Berserker habt, der massiv hohen Kriegsführungsvorteil hat und vielleicht noch eure Frau auf Kriegsführung gestellt hat, dann könnt ihr auch durchaus mal irgendjemand mit 50 erreichen, was schon sehr cool ist, denn ihr haltet einfach generell 5 für führt eigene Truppen an. Dazu, das heißt, selbst unser Typ, der hier hat lächerlich 5 Kriegsführung, ihr kennt meinen Spielstil wahrscheinlich schon, eher Bildung und Verwaltung als Kriegsführung. Jetzt ein lächerlich 5 Kriegsführungen da ist, kann halt durch diesen Bonus schon mal auf 10 Kriegsführungen kommen, was nicht sehr besonders ist, ansonsten hat er keine Eigenschaften, wie ihr hier sehen könnt. Wir haben eben gesehen, dass die Versorgung bei den Armeen ausgelaufen ist. Nur da ganz kurz nochmal darüber gesprochen, wie gesagt, es geht darum, halt eure Vorräte immer aufrecht. Worauf müsst ihr achten? An sich guckt ihr bei jedem Gelände und jeder Gemeinde in diesem Gelände, könnt ihr sehen, okay, hier, guck mal hier, ihr habt 4200 Versorgungsschwelle. Das heißt, das Gelände bietet für 4200 Armeen einen Platz. Genauso wie 4100 hier, 4100 hier, 4200. Ich könnte also in diesen verschiedenen Regionen 4000 einsetzen, also insgesamt 16.000 verteilt, um auch meine Vorräte aufrechtzuerhalten. Achte ich da nicht drauf, gerade wenn ich bei solchen Level wie hier bei mir jetzt gerade bin, im Kush-Playthrough, da sind wir bei 36.000. Wenn ihr damit rumlauft, verliert ihr konstant Vorräte. Und kommt ihr in den Zustand von Darben, haben wir eben gesehen, gibt es minus 25 Verteidigungsnachteil eigentlich dann, oder generell Kampfnachteil. Und genauso kann es sein, wenn wir dann in diesen Totenkopf-Symbol kommen, wo unsere Einheit tatsächlich auch Verschleiß erleiden, also kaputt gehen, sterben, kriegen wir noch einen höheren Malus gegeben. Da müsst ihr immer drauf achten, wie hoch sind die. Am Anfang sind gerade Steppen, die jetzt momentan schon recht gut ausgebaut sind, sehr niedrig in der Versorgungsschwelle, ähnlich wie Wüsten. Ihr könnt es hier sehen, die sind schon recht gut ausgebaut, deswegen 7.000. Aber an sich, wenn wir jetzt früh ins Spiel hineingehen, sind diese Schwellen bei 1.000 oder 2.000. Es kommt aber auch immer darauf an, was für Trades ihr habt. Ich kann zum Beispiel nochmal die Bergwüste zeigen, hier seht ihr zum Beispiel nur 4.000 an Versorgungsschwelle. Und es gibt schon bei den Auen, wenn wir jetzt mal hier oben in den Auen gehen, seht ihr schon den Unterschied, 19.000 als Versorgungsschwelle, in dem Zeitpunkt, wo wir uns gerade beschwinden, 1.100. Das heißt, es variiert sehr stark. Auenackerland bieten natürlich deutlich mehr Versorgung, also etwas wie Trockengebiete, wie Wüsten, wie Bergwüsten. Wobei das hier auch wieder sehr ausgebaut ist. Und es kommt maßgeblich darauf an, was für Gebäude sind hier vorhanden. Ihr seht schon hier, haben wir auch 13.800. Weil wir ein sehr hochentwickeltes Gebiet haben und weil wir sehr starke Gebäude haben. Um das Ganze mal zu vergleichen, habe ich einfach mal ein neues Spiel gestartet, um euch die gleiche Region, die ich euch gerade gezeigt habe, mal wirklich mit der Versorgungsschwelle zu zeigen, die 867 da ist. Zum Beispiel sehen wir hier im Ackerland oder im Auenland tatsächlich nur 3.700 zu den fast 20.000, die wir eben hatten. Ihr seht also einen deutlichen Unterschied. Wenn wir jetzt die Bergwüste vergleichen, hier 1.397. Ähnlich die Wüste, die ich eben gezeigt habe, hier in Afrika irgendwo. Die ist auch jetzt bei 1.700. 1.000 um den Dreh immer herum. Es gibt auch Schlimmeres, es gibt Besseres. Zum Beispiel hier diese Bergwüste hat 1.000. Man sieht, das hängt halt ab von der Entwicklung. Es hängt davon ab, welche Technologien, welche Gebäude drin sind. Und dadurch wird die Schwelle halt deutlich erhöht oder eben bleibt sie niedrig. Und vor allem bei den etwas härteren Gebieten kann man halt sehen, wie jetzt in der Wüste, dass die Versorgungsschwelle auch immer mit einem Malus verlegt ist oder unterlegt ist, sodass die ganze Geschichte noch etwas drastischer wird. Und das merkt man, das will ich nochmal betonen, das merkt man sehr gut. Je nachdem, wie man startet, ist das Kämpfen deutlich schwieriger, deutlich anders, als wenn man auf Ebenen startet oder nur im Ackerauenland. Und da wir gerade dabei sind, auch ein Punkt, der überhaupt nicht vom Spiel kommuniziert wurde in meinen Augen, ist eben diese Wintergeschichte, die wir eben beim Gelände ganz kurz mal besprochen haben. Und die hat natürlich auch massiv mit der Versorgungsschwelle zu tun. Ihr hättet da wirklich auch Versorgungsschwellen runtergehen, die pervers sind, wo ihr wirklich mit den kleinsten Armeen Probleme haben werdet, wodurch ihr sehr schnell Vorräte verliert, wodurch ihr auch sehr schnell zum Verschleiß kommt. Und ich würde euch gerne zeigen, wie genau das funktioniert. Es ist aber eigentlich nicht wirklich vorhanden. Es gibt halt nur im Winter selber die Möglichkeit zu sehen, was für ein Winter gerade herrscht. Um es einmal zu zeigen, können wir hier auf die Symbole gucken. Wir sind jetzt gerade hier in Valdei. Es gibt halt im Winter, ein normaler Winter. Der gibt aber, wie ihr sehen könnt, jedes Mal minus 5 Vorräte pro Monat schon an Verlust dazu, was schon mal sehr hart sein kann, weil ihr schnell eben in diese Todeszone kommt, wodurch ihr massiven Schaden erleiden könnt. Hier sehen wir zum Beispiel einen Winter, der rau ist. Und da seht ihr nochmal, ein Verteidigervorteil in Provinzen wird durch den Winter beeinflusst. Plus 5, Verteidigervorteil wichtig. Ihr habt minus 10 Vorräte pro Monat. Und Todtruppen in Provinzen werden durch den Winter beeinflusst. Das heißt, ihr kriegt noch mehr Todesverluste. Die Übersetzung ist ein bisschen schwierig dabei. Aber tatsächlich ist der Winter, auch wenn er so gut wie kaum kommuniziert wird hier, eigentlich auch noch ein essentieller Faktor, den beachten solltest. Als letztes schauen wir uns einfach mal hier an unserem Kush-Playthrough, wo wir ganz Afrika erobert haben. Könnt ihr euch auf Twitch oder auf dem Zweitkanal auf jeden Fall anschauen. Nochmal ganz allgemeine Dinge an, die tatsächlich immer möglich sind und die jeder Charakter machen kann. Das wäre am einfachsten natürlich Lebenswandel hier zu nehmen in der Kriegsführung. Da braucht man nicht viel zu zu sagen, außer, dass ihr sehr viele Vorteile hier zum Beispiel hier bekommen könnt. Wir hatten ja schon über Strategie geredet. Ihr könnt hier euer Kriegsvölk verbessern. Ihr könnt hier mehr Ritter stärken. Auch das haben wir ja schon mal in einem anderen Tutorial besprochen. Das heißt, ihr kriegt hier natürlich, gerade dieser Vorteil ist schon sehr stark. Einfach generell Flat Buffs, was jeder machen kann, unabhängig von Gelände oder sonst irgendetwas. Wie gesagt, durch Strategie wird das Gelände aber nochmal verstärkt. Dann könnt ihr auch Auszeichnungen erstellen. Da ist es auch manchmal so, dass ihr so etwas wie Marodeur bekommt, wo unkontrolliertes Territorium, was ich eben erklärt hatte, mehr Vorteile bietet. Ihr könnt auch eure Kriegsvölker nochmal buffen. Das ist natürlich auch alles möglich. Und was noch als letztes wichtig ist, ihr könnt natürlich auch die Religion so anpassen, dass ihr gewisse Vorteile habt. Da gibt es nicht sehr viel, aber ihr seht zum Beispiel hier beim Megalitenbau, um mal ein Beispiel zu nennen, habt ihr Vorteil im Hügel. Und da kriegt ihr nochmal fünf Vorteile dazu, was ihr zusätzlich mit all den anderen Angeboten, all den anderen Dingen, die wir jetzt genannt haben, nochmal kombinieren könnt. Das könnt ihr hier machen noch für Wälder mit geheilter Natur, Wälder, Taiga und Dschungel. Und ihr könnt das Ganze nochmal mit Bergen machen, wenn ihr hier unterirdische Zufluchten nehmt. Da könnt ihr auch nochmal Vorteile in Bergen und Bergwüsten bekommen, um diesen massiven Vorteil, die diese speziellen Geländearten sowieso schon bieten, nochmal ins Extreme zu treiben. Und als letztes nämlich auch noch, man kann auch mit Gebäuden in den Regionen das Ganze auch nochmal buffen. Gerade eben sowas wie Hügel, Bergwüsten und Wälder bieten nämlich auch noch solche Festungen, die nochmal einen Verteidigungsvorteil bringen. Ihr seht zum Beispiel hier diese Hügelfestung, die ist ja jetzt schon Stufe 4, bietet nochmal 10 Verteidigervorteile, plus die 12, die wir ja schon von der Bergwüste bekommen, plus vielleicht noch den Trade Bergkrieger und eben noch unterirdische Zufluchten. Dann habt ihr vielleicht insgesamt einen Vorteil von 30 und könnt damit natürlich schon 60% mehr Schaden alleine dadurch machen, was natürlich extrem krank ist. Ihr merkt also ganz klar, wie wichtig es ist, jedes Gelände zu verstehen und wirklich auch zu meistern. Denn so schafft ihr es auch in der harschen Tundra oben im Norden bei den fiesen Wintern zu überleben oder im Süden in den fiesen Wüsten euer absolutes Ziel zu erreichen mit jedem Verteidigerbonus. Ihr müsst halt auch aufpassen, die KI nutzt das natürlich offensiv aus, wie ich schon mal sagte, aber es ist natürlich dadurch eben maßgeblich beeinflussen, je nach Startposition, wie schwierig und wie einfach die Kriegsführung im Allgemeinen auch mit dem Gelände ist. Ansonsten geht es halt um die Befehlshaber hauptsächlich und das, was ich im anderen Teil schon gesagt habe, zum Kriegsvölkern und den Rittern. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar, ein Like da, das hilft mir immer. Denkt daran, der Algorithmus ist gierig und er will immer mehr, also haut ruhig rein und wir hören uns beim nächsten Mal.